tja leute hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen tutorial auf meinem kanal ich bin in letzter zeit immer wieder angeschrieben worden mit der frage wie funktioniert das eigentlich mit dem kino modus wie kriege ich da meine videos in den online speicher was muss ich dafür tun kannst du dann nicht mal ein kurzes tutorial darüber machen und ich habe mir gedacht kommt das dauert nicht lange das kann ich eben schnell durchziehen und ich zeige euch eben einmal schnell wie man das ganze hier realisiert das heißt ihr müsst natürlich erst mal eurer modern warfare 3 gestartet haben so wie ich das jetzt ja habe dann geht ihr auf spielen der name ist erstmal uninteressant hier das habe ich jetzt mal ausgeblendet da ich mich ja sowieso ständig umbenennte eigentlich ein oder andere von euch wird das wissen so was erstmal wichtig ist ihr müsst den kino modus aktiviert haben das heißt ihr geht auf die quartiere und in den quartieren auf die optionen so und da seht ihr schon kino aufnahme ist aktiviert wenn ihr probleme mit dem rechner habt kann es natürlich sein dass wenn ihr die kino aufnahme aktiviert habt dass es bei euch zu lex kommt das müsst ihr ausprobieren aber das ist eine grundvoraussetzung auf alle fälle um den kino modus zu nutzen wenn ihr den hier aktiviert habt dann ist schon mal die hälfte der sache geschafft dann geht ihr einfach wieder zurück und spielt einfach ein game eurer wahl wie es euch gefällt und wenn ihr mehrere runden gespielt habt werdet ihr feststellen es hat sich hier erst mal gar nichts verändert wenn ihr jetzt einen schritt zurückgeht und sagt okay ich will nicht spielen ich gehe auf speicherer dann öffnet sich hier dieses menü und ihr habt die möglichkeit online speicherer freund online speicher und kino modus so wir gehen jetzt hier in den kino modus und ich suche mir jetzt hier im kino modus das gameplay aus was ich haben will das ganze ist hier bei mir ein herrschafts game of village und das möchte ich jetzt gerne dauerhaft speichern ihr habt hier eine liste auf der linken seite könnt ihr sehen das kann man durch scrollen da werden die letzten 50 spiele immer abgespeichert das heißt wenn ihr ein neues erspielt fällt das letzte hinten raus und so weiter es wird also immer neu angereiht wie lange jetzt genau die vorhalte zeit davon ist kann ich nicht sagen aber wie gesagt wenn ihr ein neues spiel gemacht habt eine neue runde gespielt habt fällt auf alle fälle die letzte auf platz 50 nach draußen aber wir wollen ja sagen okay dieses gameplay wollen wir uns in unserem kino modus also in unserem online speicher abspeichern dann klicken wir da einfach mal drauf und haben jetzt die möglichkeit zu sagen okay bei spielen gucken wir uns dieses gameplay noch einmal direkt an erlebt es dann also und man kann sich angucken wie ist das spiel gelaufen man kann pausieren zurückspulen vor spulen und so weiter und so fort oder wir sagen im online speicher platzieren so das ist ganz einfach dann haben wir hier einen online speicher mit zehn slots ein habe ich hier schon drin ein ganz kurzes ein ganz kurzer wurfmesser clip und dann sage ich okay ich möchte das auf diesen speicherplatz haben und dann wird es aus dem kino modus in meinen online speicher umkopiert aus diesen diese zehn speicherplätze werden dauerhaft erhalten das heißt ich kann sie dort ablegen und kann sie mir auch in zwei oder drei monaten noch mal wieder angucken solange sie ich nicht lösche und sie stehen ja immer wieder zur verfügung ich kann auch sagen okay das war ein tolles gameplay das packe ich mir erst mal rein damit es nicht irgendwann hinten aus der liste raus fällt um es irgendwann mal abzufilmen und youtube video daraus zu machen zum beispiel das sind so die möglichkeiten oder ihr habt irgendwo in irgendwelchen gameplays ganz besondere kill camps oder sonst irgendetwas die könnt ihr natürlich dann auch ab filmen und hier rein packen und dann ist das ganze ding erst mal für euch archiviert so wir sind jetzt schon bei 90 prozent das heißt das ganze ist jetzt gleich schon umgeschaufelt so ihr film wurde erfolgreich hochgeladen ok und wenn wir jetzt zurückspringen und sagen online speicher dann zeigt er mir an aha mein village gameplay was ich erspielt habe und das könnte ich mich jetzt jederzeit angucken ab filmen und so weiter ja und dann habt ihr natürlich noch die möglichkeit des freund online speicher und alle die bei euch in der freundesliste mw3 spielen die könnt ihr natürlich dann hier auswählen und hier ganz ganz locker drauf drauf und euch die gameplays von euren freunden angucken die sie in ihren online speicher gepackt haben ja das ist eigentlich schon alles was es dazu zu sagen gibt also daran denken der kinomodus muss aktiviert sein und dann könnt ihr eure gameplays die ihr erspielt habt wenn ihr sie behalten möchtet vom kinomodus einfach in den online speicher um kopieren und somit auch euren freunden oder leute die in eurer freundesliste sind zur verfügung stellen dass sie sich die angucken können so funktioniert das auch mit den dno bewerbung im prinzip ganz genau das gleiche ihr könnt dieses video auch umbenennen ich kann jetzt hier anklicken und sagen umbenennen titel würde ich dann sagen ok be dirty und schon habe ich ein bewerbungs video für dno und wenn ich das abgeschickt habe und mich beworben habe kann ich beziehungsweise derjenige der sich dann anguckt in eurem online speicher gleich sehen aha wie dort wie das ist das bewerbungs video für dno und kann sich angucken ok das war's von mir ich hoffe ihr habt es kapiert es ist eigentlich ganz einfach und die frage zum thema kinomodus online speicher hat sich damit erledigt also viel spaß beim aufnehmen bis dann ciao